Wenn deine Karriere eine Sackgasse ist. Und du von einem Job mit Freiheiten träumst. Wenn dein Kind den nächsten Schritt macht. Und du einen Job mit flexiblen Arbeitszeiten suchst. Wenn dein Talent nicht gesehen wird. Und du als Unternehmerin erfolgreich sein willst. Quer geht mehr. Jetzt quer einsteigen oder neu durchstarten. Bei REMAX.